Joggen ist gesund und hält fit, denn bereits 20 Minuten Joggen kurbelt dein Stoffwechsel an und nach 20 bis 40 Minuten bringst du deine Fettverbrennung bereits richtig in Schwung. Damit ist kaum ein anderer Sport so ein Kalorienkiller wie das Joggen, bei dem du rund 70% deiner gesamten Muskulatur bewegst. Dabei ist es egal, ob du langsam joggst, Intervalltraining machst oder den Langlauf übst. Alle Arten von Joggen bzw. dem leichten oder schnellen Laufen haben diesen Vorteil und macht bei regelmäßigem Training noch jede Menge Spaß. Neben dem bereits genannten Kalorienverbrauch hat das Joggen aber auch weitere positive Effekte auf deinen Körper. Welche das sind, werden wir dir nun verraten. Das passiert mit deinem Körper. Nummer 1 Joggen als Fettkiller Laufen verbrennt deutlich mehr Kalorien als Gehen oder Fahrradfahren, wodurch du abnehmen kannst oder wenn du dein Gewicht halten möchtest, einfach mehr Kalorien zu dir nehmen darfst. Egal ob für Männer oder Frauen, Joggen ist die Sportart schlechthin, mit der du am meisten Kalorien pro Stunde verbrennen kannst. Eine Frau mit 73 Kilogramm würde pro Stunde im Schnitt bei einem Tempo von 12 Kilometer die Stunde rund 860 Kalorien verbrennen. Bei einem durchschnittlichen Mann mit ca. 91 Kilogramm Gewicht liegt diese Angabe sogar deutlich weiter oben, denn dieser kommt auf über 1070 Kalorien pro Stunde. Und das Gute ist, dass du sogar mehr Energie verbrennst, auch wenn sich dein Körper später im Ruhezustand befindet. Nummer 2 Steigerung deiner Libido Joggen beeinflusst deine Libido positiv. Dies haben etliche Studien in den USA und Deutschland herausgefunden. Denn durch das Joggen erhöhst du dein Körperbewusstsein und fühlst dich einfach wohl in deiner Haut. Das Ausdauertraining sorgt gleichzeitig dafür, dass du besser abschalten kannst und ausgeglichener bist, wenn es im Bett wild hergeht. Die University of California in San Diego konkretisierte dies, indem deren Studie festhielt, dass Jogger nach 9 Monaten bei 4 Mal pro Woche Laufen rund 30% mehr Sex wollten und 26% sogar mehr Orgasmen hatten. Nummer 3 Verbesserung deines Schlafs Dank des Ausdauertrainings beim Laufen kann der Körper nachts besser abschalten, wodurch dein Schlaf verbessert wird. Denn wie bereits gesagt, wird Stress und Ärger beim Joggen abgebaut, wodurch du mental zur Ruhe kommst. Dementsprechend wird auch deine Schlafqualität verbessert. Dabei solltest du aber auch beachten, dass du nicht 2 Stunden vor dem Schlafengehen joggst. Denn ansonsten hat dies die gegenteilige Wirkung. Nummer 4 Ein Gesundheitsbooster für deinen Körper Auch stärkt Laufen dein Immunsystem, wodurch du vor Krankheiten besser geschützt bist. Gleichzeitig wird die Durchblutung deiner Organe angeregt und dein Fett- und Zuckerstoffwechsel verbessert, welcher in erster Linie zu einer Verbesserung deines Herz-Kreislauf-Systems führt. Neben der Kreislauf-Verbesserung fördert regelmäßiges Laufen durch die rhythmische Bewegung aber auch deine Verdauung. Wenn du also Verdauungsprobleme hast, solltest du auf jeden Fall joggen. Nummer 5 Joggen sorgt für Entspannung Durch die körperliche Anstrengung beim Joggen erhöhst du deine mentale Entspannung. Dies hat neben dem Ausbau und auch damit zu tun, dass du beim Laufen Stress abbaust. Daher empfiehlt es sich, nach einem anstrengenden Arbeitstag joggen zu gehen. Auf diese Weise bekommst du deinen Kopf frei und kannst dich danach besser entspannen. Nummer 6 Mit Joggen fühlt sich dein Körper sexy Aufgrund des Ausdauertrainings wird dein Körper in Form gebracht. Du wirst eine knackige Figur bekommen, die mit einem flachen Bauch und trainierten Beinen strahlt. Dadurch wirst du dich in deinem Körper sexy und begehrenswert fühlen, welches auch eine Studie herausgefunden hat. Dies besagt, dass sich 80% der Männer und 60% der Frauen begehrenswerter fühlen, wenn sie regelmäßig laufen gehen. Gleichzeitig steigerst du damit unbewusst auch deine Ausstrahlung, die für andere sehr anziehend ist. Nummer 7 Joggen macht deinen Körper glücklich Beim Laufen werden deine Glückshormone wie Endorphin, Serotonin und Dopamin verstärkt. Dadurch fühlst du dich glücklicher und gesünder, deine Schmerzempfindlichkeit nimmt ab und du fällst beim Laufen in eine Art Rauschzustand. Das Serotonin sorgt währenddessen besonders dafür, dass deine Stimmung verbessert wird und du dich einfach glücklich fühlst. Es ist erstaunlich, welche positive Wirkung Joggen auf deinen Körper hat. Du bist glücklicher, bekommst eine trainierte Figur, deine Gesundheit wird verbessert, die Libido wird gesteigert, deine Entspannung gefördert und dein Schlaf verbessert. Aus all diesen Gründen solltest du ruhig öfter deine Laufschuhe anziehen und loslaufen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Vergiss auch nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.